Und in dem, in dem Center... Jetzt fahren wir mit Wäldern, jetzt machen wir den unkonzentrationen Machtplatz. Ist ja neun. Lindenamt-Machtplatz ist neun. Ja. Ah, das ist die neun. Guck mal hier, so sah das auch in Essen aus. Gehen in die Leere. Nur nicht so viele, nicht so viele... So viele bekloppte Leute. Weißt du, das ist... Das war schon mal schlimmer. Ja, wir müssen da rum. Wir müssen da rum. Hier ist ja nichts. Hier rum. Ja, das ist verwirrend hier bei denen. Weil guck mal, da ist gelb, das kann es nicht sein. Und da ist rot. Und da ist rot. Was in Essen natürlich auch immer blöd ist, wenn die Rolltreppen kaputt sind. Ja. Ich hab ja schon gesagt, dass die U-Bahn-Station in Essen sehr, sehr tief sind. Also, das ist am Bismarckplatz so, am Hauptbahnhof so, an der Bammler-Straße, Bromminghaus-Straße. Ja. Es ist immer blöd, wenn das Ding kaputt ist. Weil dann kannst du so eine Rolltreppe... Hermann Ehlers Allee. Was ist Hermann Ehlers Allee? Ne, wir fahren so weit nicht. Das ist hinter dem, wo wir hin müssen. Also, so leer war das auch in Essen. An der Station. Hm, wir sind jetzt noch früh, ne? Relativ früh. PCR-Test, oder? Der Spielgang. Ja, 50 Euro. Ne, aber am Bürgertest passen wir. Weiß nicht, was das bei einer ist. So, wir sind in einer Minute dran. Guck mal, eine Minute. Ja. Wir gehen dann auf diesen Markt wieder, ne? Erst mal auf den Markt, dann wollte ich ja noch zu dieser Lindenberg, zu dieser Skillerblüte. Da musst du hinlaufen, ich weiß nicht genau. Ich hab keine... Dann musst du wissen, wie wir da laufen. Ja, wir müssen planen gucken. Ich hab keine Ahnung. Ja, ich hab auch mal. Das werden wir dann vor Ort klären. Und guckst du, ist er wieder ein Bekloppter, oder was? Ich mein ja nur. Ich guck auf ne Handtasche, mein Gott. Das ist überhaupt. Ne, in Essen ist das echt nicht so schlimm. Da gehen die eher in der Masse unter, diese Leute. Heute Demos und Versammlung. Verkehrsdenauer. Schon wieder? Ne, die Leute haben Langeweile. Deswegen müssen sie so einen Scheiß jetzt machen. Viele sind ja auch arbeitslos. Dann wird man halt demonstrieren. Ja, ich weiß. Guck mal, ich finde das immer... Guck mal hier. Diese abgerotten, stressten Dinger. Ja, das ist jetzt ab und das kannst du auch nicht daran ziehen. Kann man ja nicht sehen, das ist noch das ganze Fenster da draußen. Ne, ne, natürlich nicht. Das ist so ein Kunststoff, das wir wollen abzuholen. Oh, äh... Mal null. In Essen kommt das Ding in Betrieb so. Und hier interessiert man sich da nicht dafür, ne? Ja, das kann man doch so verstehen. Kann man doch so verstehen, Mama? Kann ich mal eine Schlese machen? Über das, was du alles in deinem Weg hast? Ja, das kann sie gerne machen, Mama. Das ist echt toll. Aber...